Ich bin hit. Nice one. GG. Okay, der ist down. Wir brauchen mehr Kills, Leute. Wir brauchen mehr Kills. Let's go, let's go, let's go. Wir haben erst vier Kills, ey. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale Sniper-Only-Mold. Ich spiele heute mal wieder Sniper-Only und ich versuche eine 20-Bomb zu droppen. Deswegen gehe ich direkt nach Tilted Towers, merke mir, dass wir von oben Lazy-Dings gestartet sind und über Lucky drüber geflogen sind. Damit ich auch weiß, wo die Gegner sind. Und jetzt wird erstmal hier Get-Ranked, würde ich sagen. Ich hoffe, es kommen ein paar Leute mit nach Tilted. Okay, zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Ein paar Leute sind auf jeden Fall am Start, das ist schon mal nicht schlecht. Und ich muss natürlich direkt versuchen eine Waffe zu bekommen. Direkt vielleicht den ersten oder zweiten Kill zu machen. Komm, bitte lass die Chester. Oh mein Gott, Leute, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Okay, ich glaube, ich habe keine Waffe hier. Wir gehen mal hier an der Seite rein. Da drüben läuft jemand. Kann ja nicht wahr sein. Gib mir doch eine Waffe, ey. Wie kann ich denn 20-Bomb machen, wenn ich keine Waffe bekomme? Das ist ja nicht normal. Okay, wir nehmen ein bisschen Mads mit, dass wir uns schon mal verteidigen können. Falls mich jetzt jemand abschießt. Aber das ist wirklich nicht normal, Leute. Ich sterben zu viele. Ich muss mindestens fünf bis zehn Kills in Tilted machen, damit ich hier auf die 20-Bomb komme. Aber das Gute ist, im Sniper-Mode einfach die Leute sterben nicht so schnell. Weil viele nicht treffen. Viele verkacken ihre Snipes. Okay, richtig schlechter Start. Aber ist nicht so schlimm. Okay, ich weiß gerade nicht, welche Etasche. Da unten ist einer. Oh, er hat den getroffen. Oh no. Ich muss sie töten. Oh mein Gott. Ach komm, jetzt hat er den Kill. Scheiße. Hi Bro. Ich weiß, er wurde schon gehittet. Okay, er rennt auf jeden Fall weg von mir. Komm. Er hat, glaub ich, zehn HP oder so. Nice one. GG. Okay. Einmal Heal. Wir haben erst einen Kill, Leute. Okay, 20-Bomb wird vielleicht ein bisschen schwierig. Ich versuche einfach so viele Kills wie möglich zu machen. Und vielleicht knacken wir irgendwie. Zehn, fünfzehn. Ich sag es nur, die keiner ist untiltet, ne? Wieso ist die keine untiltet? Ich muss sagen, Sniper-Only-Mode ist einer meiner Lieblingsspiel-Mode. Ich weiß nicht, ob ihr es feiert. Kommt in letzter Zeit ein bisschen oft. Weil zur Zeit halt der Limited-Time-Mode ist. Aber ich feiere es schon ziemlich, ziemlich hart. Ich hab diesen Modus gerade. Na, Doc. Ich glaub, einer ist irgendwo close bei mir. Oh, hast du Glück gehabt. Nice one. Einer ist irgendwo close bei Double-L. Sniper-Only. Snipen ist einfach das Geilste in Fortnite. Ohne Spaß, ey. Ich liebe Snipen. Snipen ist so geil. Okay, ich weiß, dass noch jemand im Nordwesten ist. Ich seh ihn schon. Seht ihr ihn auch? Wenn er da sitzen bleibt, ist er gleich tot. Drei, zwei, drei. Schade. Ich werd ihn auf jeden Fall pushen gehen. Wir haben irgendwo hinten im Norden noch jemanden. Ich hab leider keine... keine Trap. Ein Hit. Drei Hits. 160 Damage hab ich ihn gemacht. Nice one. GG. Manchmal muss man es einfach totkloppen, wisst ihr? Einfach drauf da. Einfach drauf mit der Picke und dann ist er weg. Okay, wir haben immer noch einen beim Shop irgendwo. Und eine irgendwo weiter hinten. Pushen jetzt erstmal mein Freundchen beim Shop hier. Ich hätt gern noch ne Autosniper. Double Autosniper ist halt einfach mega sick. Okay, er ist immer noch drin. Ist nur die Frage, welche Etage. Da ist er. Ach komm. Ein Hit. Nice one. GG. Okay, der ist down. Wir brauchen mehr Kills, Leute. Wir brauchen mehr Kills. Let's go, let's go, let's go. Wir haben erst vier Kills, ey. Wir brauchen mehr. 31 Spieler eben noch. Ja, ja, ja. Wo bist du? Bist du da oben? Oh, er ist da, er ist da. Wo ich, wo ich vorhin war. Ach komm. Wir pushen alles, was wir sehen können. Hier haben wir ein paar Bouncepads. Ist doch nicht schlecht. Okay, und drauf da. Oh, er steht da. Voll still. Okay. Ich weiß nicht, wie ich snipen soll. Ich tue mal so, als ob ich den oben nicht gesehen habe. Versuche mal auf den Burgerman zu gehen. Lebt der Burgerman noch? Mal gucken. Ja, er lebt noch. Lebt denn der alte Burgerman noch, Burgerman noch. Oh, komm. Oh, komm. Ein Hit. Wenn er mich getrapt, dann bin ich halt down, ne? Oh, komm. Ein bisschen gefällt. Okay, erstmal alles reloaden. Ich nehme noch 25 Spielern. Nice. Vielen Dank. Oh, hast du Glück, Junge. Oh mein Gott, die Flex. Oh. Nice one. Sehr gut. Danke an den anonymen Fremden, der hier... ...da vorne ist, oder? Oh. Fuck. Scheiße, okay. Der hat gut Damage bekommen. Sechs Kills haben wir. Wir müssen noch langsam in den Border gehen. Über mir ist noch jemand. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Ah, er ist ein Busch. Da ist auch einer. Ah, schade. Wir haben einmal den Busch da. Und einmal den No Skin da. Die Kack ist bei dem Busch. Sieht man leider nicht den Kopf so gut, ne? 2 Hits. Nice one. Danke für deine Autosniper, mein Freund. Das gefällt mir sehr gut. Okay, wir haben über mir noch jemanden. Ich glaube, ich laufe aber in die Border. Ich habe keine Mets mehr. Scheiße. Oh, nice. Richtig schöner Autosniper Headshot. Mit dem Nosekop. Okay, ich weiß nicht, ob der noch da drüben drin sitzt. Kann auch sein. Acht Kills haben wir. Road to 20 Board, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich glaube, er ist lange nicht mehr da drin. Ich glaube, er ist auch langsam in die Border gerannt, weil wir müssen echt weit, man. Verdammt. Hinter Salty Springs. Es kann natürlich auch sein, dass er jetzt gleich von links kommt. Den dann von links wegracken müssen. Okay, ich habe 8 Kills. Es leben noch 13 Spieler. Das heißt, für die 20 Bomb muss ich alle töten. Wir haben sie leider nicht bekommen. Ich denke, da wird gleich eine oder zwei Leute sterben. Aber mal gucken, ob wir noch über 15 kommen. Das wäre schon ziemlich geilo. Ich denke, es wird halt auch mindestens einer in der Border sterben. Deswegen haben wir da ein Megaproblem. Schau, einer ist schon tot. Schade. Schade, schade. Mal gucken, was wir hier noch reißen können jetzt. Okay. Er rechnet nicht mit mir. Schade. Kurz reloaden. Kurz reloaden. Ein Hit. Nice one. GG. Ich weiß gar nicht, ob ich Traps habe. Eine Trap habe ich. Das ist nicht schlecht. Können wenigstens einen trappen. Okay. Dort vorne läuft noch jemand. Ist er in den Busch rein? Nee, ich glaube, er ist abgehauen. Nee, ich glaube, er ist abgehauen. Okay, rechts von mir snipe jemand auf mich. Ich würde gerne hier ein bisschen Äpfel essen. Oh. Schön wäre es gewesen, Leute. Ich glaube, ich gehe auf Close Range. Auf Close Range habe ich wirklich die besten Chancen hier. Ein Hit. Nice one. GG. Close Range beste. Double Pump sozusagen in sein Gesicht. Er hat keine Chance, Leute. Okay. Wir nehmen uns noch die zweite Goldene. Und jetzt sind wir unaufhaltbar. Wir haben die 10 Kills geknackt. Verdammt, ey. Ich hätte gerne die 20 Bomb gehabt. Aber leider zu wenig Leute in Tilted Towers. Wenn ihr Bock habt, dass ich das nochmal versuche. Ich weiß nicht, ob es nach der Gamescom den Modus noch gibt. Aber wenn ihr wollt, dass ich es nochmal versuche. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Dann können wir es auf jeden Fall machen. Road to 20 Bomb. Im Sniper Only Mode. Ja, komm. Der Moment, wenn du im Real Life die Kugel ausweichst. Kugel, komm. GG, buddy. Okay, Element Kills. Nicht schlecht. Da vorne ist einer hingelauncht. Ich glaube, ich werde auch hinlaunchen. Ich will noch Kills pushen. Ich will noch auf, keine Ahnung, auf mehr Kills kommen. 15 wären geil. Sie töten sich schon wieder alle gegenseitig. Kann nicht wahr sein. Nein. Nein. Hört auf, euch gegenseitig zu töten. Ja. Danke. Okay. Okay. Nice one. GG. Double Pumpe regelt. Double Snipe. Double Snipe. Leute, Double Snipe ist echt asozial brutal, ey. In diesem Modus. Leute haben keine Chance. Ich glaube, hier hinten hat noch irgendwo jemand geschossen. Kann sein, dass er hinter diesem Baum sitzt. Oder auch nicht. Ah, da ist er. Schade. Okay. Zeichen trappen. Warte, ich heil mich kurz. He. 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 Er muss nachladen. Boah, er ist so lau. Ja, wisst ihr was? Ich trappe ihn jetzt. GG. Oder auch nicht. Okay. 14 Kills. 2 Gegner leben noch. Vielleicht kommen wir noch auf die 16 Kills Bombe hoch. Das wäre nice. Wir gönnen uns jetzt erstmal hier den Tchuk Tchuk. Tchuk Tchuk. Und 10 Minis. So. Schade, ey. Das ärgert mich. Das ärgert mich, dass so wenig Leute in Tilted Towers gelandet sind. Obwohl wir da direkt drüber geflogen sind auch. Okay, mal gucken, wo die letzten Gegner sind. Ich habe 6 Traps. Ich könnte theoretisch beide trappen. Mal gucken. Mal gucken, wie gut die sind. Vielleicht, ähm. Kill ich sie auch mit der Sniper. Kill ich sie ein. Hat eine 150er Hit kassiert. Oh my god. Just. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, er tötet sich selbst! Kann nicht wahr sein, er tötet sich selbst! Jetzt komme ich nur auf 15er-Game. Ah, Mann ey, okay. Außer ich werde noch gesnipet vom letzten, das kann natürlich sein, ne? Kann natürlich sein, dass der mir immer noch einfach so einen eiskalten Hatchet reindrückt. Hier ist er. Okay, er ist nicht so gut. Wir machen mal Wall of Trap. Nein! So wollte ich es eigentlich machen. Ja. Leute, ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst euch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. 15-Kills-Bomble. Schade, ich wollte eigentlich einen 20-Kills-Bomble, aber es ist wirklich eine meiner Lieblingsmodi. Sniper-Only ist richtig, richtig nice. Danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge, bis dahin. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.